Hallo, in diesem Video sehen wir uns die besten Gaming Laptops an, die aktuell auf dem Markt erhältlich sind. Wir haben dabei 130 Stunden in die Recherche und die Auswertung der besten 40 Laptops mit Hilfe von externen Tests und Bewertungen investiert. Mit Hilfe unseres TÜV-zertifizierten Qualitätsmanagements für Tests und Vergleichsverfahren ist es uns möglich, dir die besten Gaming Laptops in diesen Kategorien vorzustellen. Der beste Gaming Laptop unter 500 Euro, der beste Gaming Laptop unter 700 Euro, der beste Gaming Laptop unter 1000 Euro, der beste Gaming Laptop unter 1500 Euro und der beste Gaming Laptop im Jahr 2021. Entsprechend ist es uns wichtig, für jede Zielgruppe die jeweils beste Option aufzuzeigen, damit sie perfekt zu deinem Anforderungsprofil passt. Legen wir los! In unserer ersten Kategorie dreht sich alles um den besten Gaming Laptop, den du unter 500 Euro kaufen kannst. Dieses ist für uns ganz klar der Lenovo AMD A4. Er kostet ca. 499 Euro und ist somit direkt an der von uns gesetzten Preisgrenze. Das vorinstallierte Betriebssystem ist Windows 10 Pro. Dieser Laptop hat insgesamt 8 GB RAM und eine Festplattengröße von 512 GB SSD. Außerdem hat dieser Laptop noch eine HD Webcam, HDMI, einen Kopfhöreranschluss, ein Mikrofon und USB 3.0. Die Akkukapazität beträgt 30 Wh. Alles in allem ist dieser Laptop ein klasse Modell für einen kleinen Preis. Unsere zweite Kategorie beschäftigt sich mit dem besten Gaming Laptop unter 700 Euro. Das ist für uns auf jeden Fall das Asus Gaming Notebook AMD Ryzen 5. Diesen Gaming Laptop gibt es für 670 Euro. Er hat, wie der beste Laptop unserer ersten Kategorie, Windows 10 Pro als Betriebssystem installiert. Außerdem hat er auch 8 GB RAM und eine Festplattengröße von 512 GB SSD. Als Zubehör hat dieser Laptop eine HD Webcam, HDMI, einen Kopfhöreranschluss, ein Mikrofon und USB 3.0. Was ihn besonders macht, ist seine Radeon Vega 8 Graphics 4 GB Shared Memory Grafikkarte. Die Akkulaufzeit beträgt hier 30 Wh. In unserer dritten Kategorie geht es um den besten Gaming Laptop unter 1000 Euro. Der klare Vorreiter war hier der Gaming Laptop von HP, der Pavillon Gaming 15 EC1099 NG. Diesen Laptop gibt es für ca. 800 Euro zu kaufen. Als Betriebssystem hat er Windows 10 Home installiert. Er hat, wie schon die beiden Laptops zuvor, 8 GB RAM und 512 GB SSD als Festplattengröße. Der Pavillon Gaming Laptop hat außerdem ein 15,6 Zoll FHD Display mit einer Auflösung von 1080p. Er verwendet eine NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB Grafikkarte. Noch dazu hat er eine Akkulaufzeit von 52,5 Wh. Nun kommt unsere vierte Kategorie. Der beste Gaming Laptop unter 1500 Euro. Für uns ist dies ganz eindeutig der Fusion 15 L19FBM von XMG. Dieser Gaming Laptop kostet stolzer 1470 Euro, kann dafür aber auch einiges. Dieser Laptop hat ganze 16 GB RAM und sogar eine 1000 GB SSD Festplatte. Er hat das Windows 10 Home Betriebssystem installiert. Außerdem hat er eine GeForce GTX 1660 Ti Grafikkarte von NVIDIA, mit der du deine Games in Full HD zocken kannst. Aber nicht nur das. Er hat außerdem eine präzise Tastatur mit leicht konkaven Keycaps. Für den in unserer Auswahl relativ hohen Preis bekommst du außerdem eine hochwertige AZ91D Magnesiumlegierung, die für Stabilität und Langzeithaltbarkeit sorgt und deutlich bessere thermische Eigenschaften aufweist als herkömmliche Kunststoffe. Unter 1500 Euro ist dieser Laptop wirklich nicht zu schlagen. Schlussendlich unsere letzte Kategorie für heute. Der beste Gaming Laptop von 2021. Wenn du nicht unbedingt aufs Geld achten musst, kannst du dir diesen besonderen Gaming Laptop gönnen. Das GE66 Raider 10SFS085IT Gaming Notebook vom MSI. Mit einem Preis von knapp 3000 Euro ist dieser Laptop zwar echt teuer, bietet dir allerdings auch am meisten. Dieser Laptop ist mit den neuesten Intel Core TM Prozessoren der 10. Generation von NVIDIA GeForce RTX TM Super Grafik ausgestattet. Er hat außerdem Windows 10 Home und sogar 32 GB RAM. Der Laptop ist grau und hat eine RGB Beleuchtung, die dich zum Staunen bringt. Du kannst hier sogar mehrere Displays über HDMI, Typ C und Mini Display Port anschließen und hast eine überragende 8K Auflösung. Noch dazu hat der Laptop eine eingebaute 1080p Webkamera und MSI Duo Lautsprecher. Als Grafikkarte ist die NVIDIA GeForce Serie RTX Super eingebaut, die dir ein unschlagbares Gaming Erlebnis bietet. Die Akkulaufzeit ist mit knapp 100 Wattstunden auch die höchste auf dieser Liste. Und das waren sie auch schon, unsere 5 besten Gaming Laptops. Wenn dir das Video gefallen hat, werden wir uns über einen Daumen nach oben sowie ein Abo freuen. Damit stellst du sicher, keines unserer weiteren Videos zu verpassen. Über die Links in der Videobeschreibung kannst du dir die Produkte auf Amazon ansehen. Die meisten von ihnen waren zum Zeitpunkt der Videoerstellung stark reduziert. Wenn du sparen möchtest, lohnt es dich, entsprechend schnell nachzusehen und die aktuellen Preise zu prüfen. Wir freuen uns bereits jetzt auf, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen.